Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu One Piece Pirate Warriors 4, wie wir machen mit dem nächsten Kapitel weiter und wir schließen uns sogar mit den anderen Piraten zusammen. Interessant. Das ist aber Odi Park. Ich überlege immer noch, ob ich ihn in der Serie gesehen habe. Ich glaube ja. Das kann eigentlich bloß der Ort sein mit dem ganzen Inbus. Das kann eigentlich bloß dieser Ort gewesen sein. Da oben steht einer. Ist der noch da? Nö. Du bist, du hast dich an den Krieg in den Krieg und der Krieg? Oh, das war der Krieg von der Welt. Ich bin mir. Aber wenn du Gold Roger geteilt hast, dann macht alles in den Krieg? Das war's für heute. Er hat sich so großartig gemacht. Ich war ein sehr guter Mensch. Dann... Das war die Welt der Welt der Welt. Das ist noch nicht möglich. Roger ist tot. Das war's. Das ist nur ein Mensch. Ich habe nur eine Frage, aber... One Piece ist wirklich eine der letzten Endes! Uzzopp! Ich will nicht wissen, was ich nicht wissen! Ich will nicht wissen, was ich nicht wissen, was ich nicht wissen! Wenn du hier etwas erzählst, wenn du hier etwas erzählst, dann werde ich den海賊 bleiben! Wenn du nicht ein Wettbewerb hast, dann werde ich das nicht sterben! Kannst du es? Deine Erinnerung ist, dass du deine Erinnerung weit entfernt. Du kannst du es auch stärker. Kannst du es für dich zu retten? Kannst du diese Flüge behaupten? Nein, ich werde nicht die Flüge behaupten. Die Flüge der Flüge der Flüge ist der Flüge der Flüge. Genau. Ich werde nicht die Flüge der Flüge beobachten. Ich werde nicht den Flüge behaupten. Ich werde nicht die Flüge der Flüge beginnieren. Das ist egal. Ich werde nicht die Flüge der Flüge beobachten. Ich werde nicht anrufen. Aber es ist bereits ein Flüge der Flüge der Flüge. Das ist gut. Ich habe keine Anmerksamkeit. Ich glaube, dass ich den Hügel rauskomme. Ich habe einen Augenblick auf den Hügel gesehen. Du bist der Mugwara-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Wer ist der Meiste? Sie sind ein Trafal-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Rufy, der Fall ist der Schleisch. Wenn Sie sich etwas über den Karteil über die Welt herbewerben, würden Sie sich nicht so überlassen, könnte es sein. Nein, das ist wirklich ein großer Schleisch. Ich habe einen Moment, bei mir zu treffen. Ich bin der Golds-Leading. Ich bin nicht sicher, warum hier ein Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei ist. Ich bin der Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei-Drei. Ich möchte mich für mich auf der Worte und ich bin auf der Worte. Der Fetisch ist nichts Gutes. Die Belandung durchbrechen, Niederlage, bedienige Verbündete, Strohchenpiloten besiegt. Naja, das sollte ja wohl nicht allzu schwer sein, ne? Hier können wir noch einmal aufwerten. Einmal schaffen wir noch. Ich finde Laie 3, ich müsste nochmal zurück nach Alabaster um diese Münzen zu ergattern. 3 Spezialfähigkeiten. Ich will gerne hier 2 nutzen können. Und? 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 Und vor allem, was für Teufelsfrucht Nutzer. Gumgumfrucht, Magnetfrucht und Operationsfrucht. Unglaublich, die Teufelskräfte. Ihr müsst jetzt mal ordentlich eins auf die Schnauze kriegen. Also was sagt ihr eigentlich für Mariensoldaten? Oh, unglaublich. Ja, lass mich doch mal hier rüber, Alter, okay? Ich bin da jetzt einfach auf die Tür ins nächste Gebiet, da sind Marine-Sagaten, die mir auf den Senkel gehen. Das ist noch ein paar üblich. Ja, kommt, Alter, was seid denn alle so? Also, wo kommt die denn alle raus? Geht mal alle weg. Und ihr meint also, das schützt euch oder was? Okay, wenn ihr meint. Was ist da um, solchen? Es ist einfach. Wenn ich mich bloß zum Sabaoni Park machen soll. Sehr schön. Vor allem braucht er bloß geradeaus laufen. Mann, ihr stinkt mir doch mal im Weg. Mann, hau Appiah. Oh. Und los geht's. Mann, hau Appiah. Ja. Mann, gucke, calla. Mann, gucke, calla man. Mann, gucke! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Kizaru Ah, der der Typ Hey, das ist noch der Antwort, der muss... Okay, diese Richtung muss ich... Oh, der ist... Lass mich aus dem Weg... Setz mich... Ist nicht mehr drin Auf jeden Fall muss ich hier erstmal hin Oh, das ist schon so... Oh, das ist schon so... Sehr schön also da kriegt er ist mein baum nieder obwohl das kann nicht mehr sein es ist wo bin ich hin da bin ich da bin ich lang da bin ich lang hier will ich hin gehen mir aus den weg weg weil du Kopie eines bs so erstmal nach hier vorne hier ist noch ein Bär und eine Bärkopie ok jetzt muss ich noch da oben da oben scheint auch noch was zu sein was waren die Firetank Piraten ja es gibt Bär oh hier hier nein da 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 Sani-Ego, lass mich! Okay. Nimm! Das! Ihr ollen Piraten. Ja, so eine Marine-Sauter. Da ist noch ein Bär. Du musst hier aber weg. Okay, du interessierst mich nicht, du interessierst mich nicht, du interessierst mich auch nicht. Ich muss erst mal da hinten aushelfen. Andererseits sind da Verbündete, glaube ich, von uns ja, Sanji zum Beispiel. Hey! wo ist euer verdammter anführer jetzt komme ich dahin Perfekt. Ja. Gut, dann kann ich mich um das nächste Gebiet kümmern. Und um den nächsten Bär. Hält, wir werden hier gleich rum. Hallo, Laura. Hält, wir werden hier. Sehr schön. Jetzt muss ich hier hinten einmal rum. Du hast nämlich mit. Man weiß ja nie. Aber jetzt muss ich den Bär hier fertig machen. Jetzt kommt der richtige Bär auch noch. Kaputt! Hier ist doch ein Tor, danke. Jetzt muss ich erstmal dahin nennen. Manchmal ist ja die Karte unten rechts so ein bisschen verwirrend für mich. 1.439 K.O. Ich könnte Kisaro fertig machen. Okay. haltet ja endlich dauern Aber ich glaube, da drauf kann ich nicht mehr zu verzichten, oder? Sehr gut, Kid! Riegel alles ab! Ey! Du hast keine Chance gegen mich, auch wenn du Haki benutzt! Riegel alles ab! O-ha! A-ee! Hey! Riegel alles ab! Hey! Hey! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier nicht still. Ich bin hier! Ich bin hier! Hab ich dich! Ich glaube, es ist immer noch Bär übrig. Oh nein, hier ist doch noch Kizaru auf! Oh nein, hier ist doch noch Kizaru! Kizaru! Ich bin so größer, Sie sind doch nicht nur Kitaro. Ich weiß nicht nur, wie Kitaro ist doch noch Kitaro. Ich glaube, hier ist doch noch Kitaro und Kitaro. Ich bin so größer hier. Was ist das? Ey! Jetzt kannst du endlich du! Genau! Macht ihn fertig! Macht ihn einfach fertig! Alter, wenn er anfängt so irgendwie nicht zu... Du vernächtest deine eigenen Leute, aber egal! Das tut eigentlich ganz gut! Alter! Alter! Du siehst. Oh, oh, oh. Keppich Zau! Ich bin der Dürmer, Meio-Leyri. Ich bin der Dürmer. Ich bin der Dürmer. Ich bin der Dürmer. Frau, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für mich, dass die Schmerzen der Macht und die Schmerzen sind. Lüffi, Hilfe! Los! Die Schmerzen wurden verletzt, und die Schmerzen von Lüffi stöhnen. Was ist das? Ich bin ein Schmerzen von einem Schmerzen. Das war's für heute. Oh, beides mit Essugah. Sorry. Respekt. Von Yonji sind verfügbar. Das Outfit ist aber auch die Architepelle für Ruffy ist auswählbar. Fitzhaw ist auch auswählbar. Das heißt, wir begegnen jetzt... Amazon Lily. Quasi. Hancock. Ne, es geht gleich auf Marienfort weiter. Die Hinrichtung von Ace rückt näher. Ruffy und seine Verbindeten stehen einem schrecklichen Feind gegenüber und machen sich auf den Weg nach Marienfort, um Ace zu retten. Ah ja. Na gut, aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr hier zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's aber erstmal gut und haut rein. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.